Hallo und herzlich willkommen bei Levelmeister, mein Name ist Dave und heute spielen wir The Call. Vom Entwickler und Publisher Grey Reality Studios für 79 Cent bei Steam zu erwerben. Und ich muss mich vorweg für die lange Pause entschuldigen, ich hatte irgendwie aufgrund von akuter Hitze keinen Bock zu spielen, deswegen hi, ich bin wieder da. Und ja, es soll ein Horrorspiel sein, wenn man sich die Grafik im Hintergrund so anschaut, kommt gut hin. Ne, ich muss mir grad mal hier mein Kabel ein bisschen, das nervt. Auf Ende würde man sagen, without further ado, drücken wir jetzt Start. Okay, die Grafik ist wirklich so schlecht wie ich... Was war das? Also es ist ein Horrorspiel. Und ihr wisst, Horrorspiele sind ja mein absoluter... Das ist die Levelgrenze, hier darf ich nicht drüber hinausgehen, deswegen macht's... Was? Hör auf, Geräusche zu machen. Das sind, glaub ich, Schrittgeräusche. Das sind Schrittgeräusche, oh Gott. Oh Gott. Ich seh grad. Also hinter mir ist eigentlich nur, ich glaub, das ist die Magazinanzeige. Wartet, hier. So sieht's aus. Ihr könnt dann da die 1 sehen und da die 8. Dazwischen ist der schräg, steht das mein Gesicht. Was für wunderschöne Bäume. Okay. Sind wir Android oder... Also kurz zur Story. Wirklich kurz, ja. Ich lese mal auf Englisch vor, was hier bei Steam steht, weil mehr muss man eigentlich nicht wissen. The Call is a horror game where you are in the role of an American police officer who gets a domestic disturbance call while late on patrol. Once you arrive, things get a little bit unusual. Also da sind amerikanische Straßen aus squeaky toys für Hunde oder sowas. Was ist das? Ehrlich, kann man hier links und rechts gehen ein bisschen? Hier ist ne Wand. Da auch. Okay. Dann gehen wir zurück. Das ist der schönste Baum der Welt. Mindestens. Oh, hier ist ne Haus. Na super. Also ich hab in Minecraft schon schönere Häuser gebaut. Und hier klingen wir wie ein Piraten, ähm, Android, der ein Holzbein hat. Und hier klingen wir wie ein Piraten, ähm, Android, der ein Holzbein hat. Kann ich hier irgendwas tun? Nö. Tür muss offen bleiben. Ist ja auch klar bei der Hitze. Ich habe eh gedrückt. Moment. Naja, ähm, klappt nicht so ganz gut. Oh, die Tür ist zugefallen und ein komisches Geräusch. Ich bin bewaffnet, von daher lass kommen. Das ist der längste Küchen-Counter ohne irgendwas drauf und dran, den ich je gesehen habe. Aber die Fliesen haben lustige und hübsche Rosen-Dekors. Man muss ja auch loben, wo Lob nötig ist. Nicht wahr? Obwohl es schwer fällt. Kann ich springen? Nein. Kann ich sprinten? Wie üblich. Shift-Taste ist glaube ich nicht viel schneller. Hier ist ein Fenster in den Flur. Haben wir das auch mal gesehen. Es gibt also mehrere Levels in diesem Spiel. Ähm. Und man soll es innerhalb von einer Stunde durchspielen können. Stunde, zwei Stunden höchstens. Hier gibt es kein Geräusch, obwohl hier eine Tür ist. Okay. Okay. Spielen? Ich habe schon verstanden. Mhm. So. Unten abgekloppert. Gehen wir nach oben. Das Geländer ist genau einen Nanometer breit. Deswegen kann man es verschwinden lassen. So. Ja. Wahnsinnig aufregend. Alle Türen sind zu. Wir können nichts machen. Kann ich irgendwas erschießen? Hier. Pff. Super. 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 Lalalalalala. Das ist ein Kackspiel. Ich habe keinen Bock mehr. Der Tropf der Schweiß von der Stirn. Pff. Ich schieße jetzt mal auf irgendwas. Pff. 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 ist. Moment, das ging vorher noch nicht. Find the correct doors. Okay, cool. Hier ist eine Tür. Be vigilant. Ja, das ist doch gruselig. Oh ja, hier Lichteffekte. Lichteffekte von einem Polizeiauto. Dann gehen wir doch mal die Treppe hoch und hoffen, dass wir hier etwas anderes finden als Monster und Geister und Wirretüren. Da kommen wir uns sicher vor wie bei Matrix. Also, dass man im Dunkeln rumtappt. Ja, hier oben ist nix. Siegerte Robin spielt Rage. Das ist wahrscheinlich eine bessere Idee als das hier. Liebe Grüße, Robin. Dann kommen wir bald aufs nächste Video hoffen, ne? Wenn du grad Rage spielst. So, hier ist Dunkelheit. Hier war die Küche, die weg ist. Inklusive Tisch. Hier ist noch nix mehr drinnen. Die Tür ist auch noch offen. Aha, ich glaube, wir sind durch die richtige Tür gegangen. Jetzt ist irgendwas passiert. Jetzt sind hier Lampen. Hä? What the fu-? Alter, das ist kein Horror. Das ist verstörend. Was soll denn der Scheiß, Leute? Also, liebe Entwickler. Wenn ihr sowas hier macht, die Grafik ist ja eigentlich scheißegal, ne? Das kommt ja immer aufs Gameplay an. Ich meine, die Grafik ist hier in dem Fall auch wirklich arg kacke. Also, ich meine, ich habe hier eine 4K-Auflösung eingestellt. Und das hier sind gewaltig große Pixel. Und sie wachsen auch noch, ohne mein Zutun. Wo sind wir denn gerade hergelaufen? Ich weiß es schon nicht mehr. War das hier oben? Wo sind wir denn? Nee, war das ein schönes Spiel. Mann, 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 Mann. Ah? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Was ist denn das für ein Kack? So, wenn wir da durchgehen, kriegen wir hier das Blaulicht. So viel hat ich hier lernt. Wenn wir jetzt nach oben gehen und hier links, war das doch, glaube ich? Ne, das war verkehrt. Obviamente. Man läuft ja schweißen Tränen aus den Augen. Und ja, das war durchaus richtig formuliert. Und absichtlich. Ähm, stopp hier hinten lang. Dann links. Yes. Dann hier. Mal wegen Sirene. Und wenn wir jetzt hier lang gehen? Ist das verkehrt? Ist das verkehrt? Okay. Hier lang? Hier lang? Jetzt raus. Warte. Hier lang? Hier durch? Hier durch? warte die tür sirenen die tür hier die uns aber nicht wirklich über spinnweben oben super again was lernt ich jetzt wieder hier durch gehe ist wieder vorbei Warum? So, die, da müssen wir durch, das ist klar, das ist hier der Treppenaufgang, der die ganze Zeit schon zu ist. Ne, warte, da müssen wir durch die Tür durch, hier durch, hier durch, ja, 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 Spinnweben, bla, 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 hier durch, ich will aber durch. F-dich. 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 Was zum Teufel? F-dich. 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 Gleich sind's. Hätte sein können, dass wir zurückgehen müssen. Okay, cool. Alles cool. Alles cool. Ich bin ganz ruhig. Ich bin total ruhig. Ich hab nicht etwa die Maus gerade sehr fest im Griff. Und kontrolliere meine Stimme, damit ich nicht schreie. Nein. Überhaupt nicht. Mir geht's gut. Ich bin um die Ruhe selbst. Ich mag... ...Schrottspiele. Ja. Denn in 80% der Fälle sind sie einigermaßen lustig. Ich kann noch nicht hier durch. Das ist jetzt zum Kotzen. Das ist auch nicht richtig. Jede Wette. Hier war schon gar nicht verkehrt, weil hier so viele Spinnenweben hängen. Das ist irgendwie... Das ist anders. Das ist... Ne. Will ich nicht. Vielleicht doch hier durch. Das macht noch nicht Snap. Ich glaube nicht, dass das... ...der richtige Weg ist. Aber ich scheiß drauf. ... ... ... ... Siehste. Es gibt so Tage. Da möchte man... ... ... ... ... ... ... Spaß macht. Und dann gibt's Tage, wo ich auch Bock habe, mich so ein bisschen selbst zu... ... ... ... ... ... ... ... ... mit den neunschwänzigen schön über den Rücken. Und das sind Tage, wo ich sowas hier spiele. Und an solchen Tagen... ... ... ... ... ... ... ... ... Durchhaltevermögen. Während ich so ein Spiel spiele, nicht zu rauchen. Es tut mir schwer leid. Rauchen ist schlecht. Rauchen macht krank. Rauchen macht tot, liebe Kinder. Hört auf mich. Rauchen ist ungesund. Aber ich hoffe, ihr werdet mir vergeben, wenn ich in diesem Fall zur Zigarette greife, um meine Nerven zu beruhigen, damit ich nicht die Maus mit geballter Faust durch den Monitor-Ramme, den ich gerade neu gekauft habe. Außerdem gibt mir dieses Drehen der Zigarette eine kurze Zeit der Reflexion über mein Leben. Über das, was gut gelaufen ist, aber auch über das, was schlecht gelaufen ist. Zum Beispiel der Kauf dieses Spiels. Und jetzt knacken wir die Scheiße. Verkehrt. Schnauze. So, hier längs, da längs. Rechts. 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 Rechts hier durch? Dann müssen wir mal hier lang gehen. Vielleicht ist das nicht die Lösung. Uh, hier sind Leuchteffekte und schwebende Dinge. Siehste? Siehste? Und eine auf den Tisch gekratzte, pixelige Figur. Und nein, da sind keine Drogen, eine Zigarette, das ist ganz normal Tag. Okay. Ja toll, hier steht was. Offenbar eine Explosion zum Opfer gefallen. Hier glaube ich nicht dran. Vielleicht müssen wir doch wieder hier durch, weil hier der Licht drauf scheint. Halt. Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag. Komm Welt, lass dich umarmen, welch ein Tag. Wenn ich verzweifelt bin, singe ich, weil da fällt mir nichts mehr ein, was ich erzählen könnte, außer, dass wir jetzt hier rechts gehen, da kommen die blöden Walkie Talkies. Hier gehen wir dann links, die Treppe hoch, auf die sehr, also ich meine, die Geräusche sind ja der helle Wahnsinn. So, jetzt hier durch, ich probiere nochmal hier, ne, dann gehen wir mal hier durch. Muss ich jetzt nochmal hier durchgehen, damit das Event wieder startet, ne, ja. Ich meine, die Mechanik des Spiels habe ich inzwischen noch ein bisschen durchschaut, aber du musst ja wirklich Try and Error Verfahren anwenden, damit du hier irgendwie auf dein Leben klarkommst, ne. Weil mit Logik, nope, geile Schanze mit Logik hier ran. zu gehen. Oder mein Gehirn ist gerade zu warm. Das kann auch sein. So, wir gehen jetzt mal nach oben. Vielleicht gibt es ja hier einen Grund für die Explosion. Und mit dieser Schweißtropfen, der wieder die Nase runterläuft. Ach, besser. Wir können ja mal hier durchgehen. Wow. Warte. Hier oben durch. Okay, gut gemerkt. Blaue Flammen. Was machen die? Die brennen blau. Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, dass es diese Tür sein könnte? Das Spiel wurde übrigens mit Unity gebaut. Nur mal so. So. So aus wie kleine Smileys auf der Tapete. Ein Schuss. Ein Schuss. Oder eher ein Schüsschen. Ach, hört man wieder das Piepen im Hintergrund. Ich habe das Fenster offen. Es ist nämlich warm hier drin. Ähm. Nein! Sie ist offen! Das sind die Nachbarn. Die machen gerade die Alarm an. Ich wohne hier nicht unbedingt in einem Brennpunkt, aber die meinen das wohl so ist. Weiße. Das ist übrigens maximale Geschwindigkeit. Das fühlt sich auch gerade an, wie in Minecraft in den Minenschacht runterzugehen. Falling free. Du Scheiße. Ernsthaft, Leute. Okay. Wir sind jetzt bei 26 Minuten. Ich mache noch ein bisschen. Komm. Wir folgen den Halammen. Because why not? Was haben wir schon zu verlieren? Außer unserem Verstand. Und 79 Cent. Habt ihr auch gesehen, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, wow. Ein Krabbelviech. Ich kann mich nur noch von links und rechts bewegen. Offensichtlich war ich an einem Stuhl festgeschnallt. Oder hatte ich ihn im Hintern stecken. Ich habe einen Schlagstock. Ich komme nicht zu nah. Hehehe. 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 Warte. Das nächste Rätsel ist, wie ich hier aus dem blöden Raum rauskomme, oder was? Das ist ja schlimm. Ja. Also. The Call. Fazit. Ich habe schon beschissenere Spiele gespielt, die waren wesentlich teurer. Ich habe kürzlich übrigens eins zurückgeben müssen, weil ich da gar nicht drauf klarkam. Das Video wird auch niemals den Weg online finden, weil das Spiel war einfach... Das wäre rufschädigend, wenn ich das veröffentlicht hätte. Also von daher... Wenn ihr Bock auf Rätseln habt und eine sehr, 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 sehr hohe Frustrationstoleranz habt, kaufen wir euch dieses Ding. The Call von Grey Reality Studios. Ansonsten lasst die Finger davon. Es fühlt sich an wie auf dem N64. Und ist frustrierend. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen lachen können über meinen rumgetapsel in der Dunkelheit. Wenn ja, gerne mal ein Däumchen lassen. Oder zwei. Oder auch nicht. So. Bis zum nächsten Schrottspiel bei Levelmeister. Macht's gut. Tschüss. W-O-N-D-D-E-S-Y-Z-Y-R-E-I-L-O-M- Milwaukee. Vielen Dank.